Bist du auf der Suche nach einer Soundbar, die deinem Fernseher das gewisse Extra an Klang verleiht? Die Philips TAB 5308 könnte genau das Richtige für dich sein. Mit einem kabellosen Subwoofer und modernster Konnektivität bietet sie eine beeindruckende Kombination aus sattem Sound und flexiblem Design. Aber was macht sie wirklich besonders und ist sie die Investition wert? Schauen wir uns das mal genauer an. Die Philips TAB 5308 ist eine schlanke 2.1 Kanal Soundbar, die speziell für Heimkino-Fans entwickelt wurde. Ihr klares und modernes Design fällt durch die abgeschrägte geometrische Form sofort ins Auge. Das schlanke Profil sorgt dafür, dass die Soundbar auch vor modernen, ultraflachen Fernseher nicht aufträgt und flexibel auf Möbeln platziert oder an der Wand montiert werden kann. Passende Wandhalterungen sind sogar im Lieferumfang enthalten, sodass du bei der Installation alle Freiheiten hast. Eine der größten Stärken dieser Soundbar ist der kabellose Subwoofer. Er ermöglicht dir nicht nur eine flexiblere Aufstellung ohne lästige Kabel, sondern liefert auch druckvolle, tiefe Bässe. Besonders bei actiongeladenen Filmszenen oder bassstarker Musik bringt er dir ein immersives Hörerlebnis. Gleichzeitig sorgt das Gesamtpaket für einen klaren und dynamischen Sound, sodass Dialoge ebenso gut zur Geltung kommen wie kraftvolle Soundeffekte. Mit HDMI ARC hast du den Vorteil, dass du die Soundbar direkt mit deiner TV-Fernbedienung steuern kannst. Das vereinfacht die Bedienung erheblich und eliminiert die Notwendigkeit für eine zusätzliche Fernbedienung, ein kleines, aber äußerst praktisches Feature im Alltag. Dank der Bluetooth-Funktion kannst du außerdem Playlists von deinem Smartphone oder Tablet direkt an die Soundbar streamen. Alternativ lassen sich externe Geräte über den optischen Eingang oder den 3,5mm Audioeingang anschließen, was für maximale Flexibilität sorgt. Neugierig geworden? Schau in die Beschreibung und klicke auf den Amazon-Link, um dir die Philips genauer anzusehen und vielleicht sogar direkt zuzuschlagen. Es gibt bei diesem Modell einige kleinere Schwächen, die vor allem auf Nutzer-Feedback basieren. HDMI-Verbindungsprobleme bei einigen Geräten. Remote-Control mit leichtem Tastenflex, was die Haltbarkeit beeinträchtigen könnte. Gelegentliches leichtes Brummen des Subwoofers im Bassbereich. Nun zu den Vorteilen, die definitiv überwiegen. Klarer und kraftvoller Sound, besonders bei Filmen und Musik. Kabelloser Subwoofer für einfache Aufstellung und starke Bässe. HDMI-Arc für komfortable Steuerung mit TV-Fernbedienung. Vielseitige Konnektivität, Bluetooth, optischer Eingang, Audio-In. Attraktives, platzsparendes Design mit Wandmontage-Option. Zusammengefasst ist die Philips 5308 ein solides Angebot für alle, die ihre Heimkinoanlage auf ein neues Level heben möchten. Sie bietet eine gute Balance aus Funktionalität, Design und Klangqualität zu einem fairen Preis. Zwar gibt es kleinere Schwächen, wie etwa gelegentliche HDMI-Probleme oder das Brummen im Bassbereich, aber insgesamt überwiegen die positiven Aspekte deutlich. Wenn du Wert auf klare Dialoge und wuchtige Soundeffekte bei Filmen legst, könnte diese Soundbar eine großartige Wahl für dich sein. Dank des kabellosen Subwoofers und der einfachen Bedienung über die TV-Fernbedienung macht sie dein Home-Entertainment noch komfortabler und stilvoller. Was denkst du? Teile deine Meinung in den Kommentaren, hinterlasse ein Like und schau dir den Amazon-Link in der Beschreibung an, um mehr über dieses tolle Soundsystem zu erfahren. Bis dann! Bis zum nächsten Mal.